Ne, aber das... Ne, das hat eigentlich Spaß gemacht, das mach ich. Hoppala, Mikrofon verrutscht. Mach mal glatt nochmal. Mit jeder Waffe einmal. Check. Was? Warum? Die geht nicht tot. Ey, die geht ja gar nicht tot, BTF. Äh. Ja, sie brennt, ist gut. Und noch ne Granate hinterher. Ja. Die war unnötig, aber egal. Weil sie so am Nerven ist, wäre ich sie nicht ganz... Ein... Ha, 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 scheiße. Jetzt legst du den... Und weg, und weg, und weg, und weg, und weg, und weg. Fuck! 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 Ich war so nah dran. Egal, ich habe sowieso gespeichert. Ich hätte eigentlich gar nicht zurückgelaufen müssen. Speichern hätte gereicht. Äh, Laden hätte gereicht, mein ich. So, alle Cheats neu eingeben, das ist der Nachteil. Okay. Danke. So. Dann machen wir jetzt nochmal eine Mission, die wir noch nie gesehen haben. Wir machen das mal anders, den hier. Ja, wir machen das mal anders, den hier. Oh, Baby. Oh, Baby. Don't worry, I make an Exception for some of the men in my life. Let's ride back, sir! Super. Super. Ja, ich mach jetzt was anderes. Ich hab gar keinen Bock, hier wieder so abzukacken. Da hab ich wirklich überhaupt gar keinen Bock drauf. Wir fahren zu entspannter Musik. Oder auch nicht, wir sind voll Gangster rappen mit, sind scheiße. Also mit Sinn meine ich natürlich mich. Und wir fliegen erstmal weg. Schatzi, wo bleibst du, du Mann? Warum fällst du auch runter? Dann, warte mal, ich weiß nicht, ist, fahr ich jetzt in die richtige Richtung? Wenn ich die eine Mission vermeiden will, bin ich mir grad gar nicht mehr sicher. Äh, okay. Ja, wir fahren da einfach mal hin. Man kann ja nur scheiße werden. So wie immer. Was soll, was soll sich schon ändern? Dann, dann, dann. Ist es rassistisch, wenn ich es sage, join the dark side of the force? Irgendwie kommt ein bisschen scheiße, hab ich das Gefühl. Ja, die Bank in Palomino Creek. Du bist auf der Kontrolle, also nicht auf keinen Scheiß. Ja, mhm, Miss Catalina, Miss. Nicht überhaupt nicht über das tun, was machen, motherfucker. Hör auf jeden Fall Dollar. Jetzt, Bitch. Ich werde die Strecke öffnen. Hör diese Idioten an. Okay, du hast die Frau gehört, keine heroischen Scheiß. Kack ich drauf. Ich mach die alle kaputt. Ja, wir können sowieso keine Fahndungsgener haben, also. Und, nein, wir haben, jetzt, du bist im Weg, ich will das kaputt hauen. Wir hauen das Zeug kaputt. Wo? Wo, ist da was, kriegt der Geld? Da ist Geld drin, cool. Ich mein, ich krieg's nicht, aber da ist Geld drin, generell mal. Äh, hallo. Und tschüss. Wir können uns ja mal ducken. Äh. Genau, so duckt man sich. Da oben ist jemand, den haben wir mit einem Schuss, sagt. Und, da ist jemand. Ist, hallo, hast du den kaputt gemacht? Ja, wenn du auch vorgehst, ich bin nur unverwundbar, aber Hauptsache, du gehst vor euch. Ja, hast mir recht. Ich mach, was du willst, Schatzi. Hauptsache, du machst weiter. Computer sagt, nein. Computer sagt immer noch, nein. Nein. So. Weiß ich nicht, sollte ich vielleicht mal eine fragen? Ach, hier ist ja gar keine. Hahaha. Gedisst. So funny. Trollin, äh, nein. Nein, nein, nein. Trollin Katalina like a boss. Hätt ich jetzt sagen können, weil ich sie verarscht hab. Weil ich so lustig bin, wisst er. Wahrscheinlich krieg ich sie jetzt nicht, weil ich so langsam bin. Das war unglaublich knapp. Also noch knapper geht sie ja gar nicht. Aber geschafft. Also reicht doch. Und ich hab einen Polizeimotor, der wieder keine Musik hat. Das ist, ach nee. Ach nee. Also soweit ich mich erinnere, und soweit ich das sehe, bin ich derjenige, der hier gerade richtig Gas gegeben hat. Ich mein, ich hab dich eingeholt, also. Hey, Jungchen. Fuck you. Ja, sie hat's mir wieder mal nicht drauf, war ja klar. Can you keep up with a real woman? Wehe, jetzt schreibt einer in die Kommentare, you sound like Catalina. Du hörst dich wie Catalina an. Dann könnt ihr aber was erleben. Das wird sowieso irgendjemand machen, weil er mich verarschen will, das seh ich schon. Also schreibt's einfach rein, ist mir doch egal. Macht, was ihr wollt. So, greift kaputt. So. Gute Waffe. Ja, das ist ne gute. Das ist ne sehr gute Waffe. Und was ist Inside Track? Ach, das ist das Wettbüro. Okay. Wo ist der Polizist? Hallo, wo? Verarsch der mich? Da! Blöder Wichser, was geht mit dir ab? Unfassbar. Ach nee, die haben, warte, halt da, 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 halt. Das dampft schon, das wollen wir gar nicht. Dampf, wonach Wohl, Frau. Nein, gut, trau. Du sagst die drohe. Ah, das kann man auch schon alles. Blablablablablablablablablablablablabla. Blablablablablablablabla. Blablablabla. 뭐야. bla 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 äh die Melodie kenne ich auch was in des Pls der Dälle der DÖ der DÖDÖ 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 ich kenn's nicht also ich kenn's schon aber wahrscheinlich erkenne die Melodie dann sowieso nicht später ist ja egal wir laufen jetzt nach oben ist mir scheißegal wirst du wieso wieder abkratzt da hab kein bock drauf in you keep up with the real gangster carl johnson schiebt mien kommentar der genommen hat das was drauf ach nee ach nee hab ich vergessen ne dumm lauren der kanzel wie langsam bist du bitte ich hab dich nicht ich hab dich nicht ich hab dich nicht ich hab dich nicht nächstes Mal spielen wir wirklich ruff wenn du was ich meine das ist cool, aber ich hab auch ein paar realen Geld ich hab ein paar Geld, das ist eine lange Geschichte aber ich brauche ein paar wirkliche Papiere komm und sieh mich bald wir robben eine reale Bank wahrscheinlich die Samenbank Prozent Prozent 10.000 Dollar bitte was ist da denn los also ich weiß es nicht der Spiel wirklich abstürzt ist mir aber egal ist mir egal es ist nicht ab es stürzt sich aber eine Mission geht noch kommen eine geht noch eine geht noch rein jetzt habe ich die Szene übersprungen ich bin ja so dumm ja das versteht man jetzt nicht wenn man die Szene nicht gesehen hat sterb doch einfach ach so dankeschön ich wollte nicht sprechen ok wir schauen es noch mal an FSK 18 ich wollte schon sagen wir haben Banken zu robben komm auf das G Achtung auf das G du gehst zur sorry ass in here right now Carl Johnson or I shove a fucking hand grenade up it aight I'm coming look baby I really need that paper oh my god what in hell's name is that this you fucking freak this is a rock I'm gonna torture your sorry ass no please no you never write to me you don't call you treat me like a fucking whore like one of your whores I'm going to back to you all baby please no please baby no out hey oh out hey oh shit yes faster harder deeper oh yes 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 maybe we can go out and rob now 2 sachen 1stens das ging ziemlich schnell und 2tens sie sagte dann jazz jazz also es ging für die 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 Szene jetzt nicht verstanden haben kann ja sein es ging darum dass die darin zu jazz getanzt haben auch diese diese Pseudo Peitschenschläge das war der Beat also ja genau das war eine Mischung aus Square Dance und Jazz es jetzt wisst du es wenigstens ist doch auch gut nein oder doch oder doch wo gehe ich lang geh mal da lang ist doch egal dann fahren wir mal was war das ich weiß nicht mehr um was ging es in der Mission ach genau das Wettbüro in Montgomery stimmt lol Rucksackbombe mal schauen was passiert wir haben auf den Knopf drücken abwarten 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 hat glaube ich funktioniert habt ihr es gerade gesehen was war denn das bitte das ist so runter und dann wieder hoch und ach was weiß ich nicht hier wundert mich schon lange nichts mehr in dem Spiel open the backroom door or I blow your fucking face off leave the panic button or I kill your children too I warned you you stupid bitch stupid fucking bitch now I kill you eat my shit äh ja was müssen wir jetzt wohl machen oh ne ne Rucksackbombe geil wie unerwartet zack mit was müssen wir das wohl machen äh lass mich nachdenken wir müssen ihn abbrennen so mal gucken ob das funktioniert ist ja nur ein bisschen hier neun und zehn mal schauen ob es klappt ich nehme es mal als ja es klappt okay I got it about fucking time you're a fucking schlock whatever let's roll Schatzi willst du Rucksackbombe mit Liebe mit Liebe Polizei? Nein wieso denn? ich habe mir nichts gemacht okay look we got to talk about something what? what do I have to say? you're a great girl and all but you got a calm dance I know some cold blooded cats with a act like you oh you get given a lioness and do you want a pussycat? with oh no I just won't you know why I act like this no oh oh ich steig jetzt erstmal hier sie springen mir hinterher seems legit die ist mir nicht echt hinterher gesprungen Alter sie ist mir nicht echt hinterher gesprungen die will mich doch verarschen die sind mir nicht echt hinterher gesprungen er wird genau komm hier nach oben hallo hier ja komm her komm her komm her komm her